Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Junes 2000. Genau, Freunde, beim letzten Mal haben wir ja hier die vorletzte Mission gemacht von den Ordos und haben da die drei Gegner ganz schön platt gemacht. Und ja, würde ich sagen, machen wir jetzt direkt mal weiter. Wir haben hier die Auswahl zwischen Atreides und Harkonnen. Ähm, ich werde definitiv die Atreides nehmen, Freunde. Alles klar, würde ich mal sagen. Schauen wir uns mal die Katzen an. Wir sehen einen Angriff der Atreides mit Fremen. Wir sehen Harkonnen mit der Todeshand. Wir sehen, dass der Panischal-Berator die Wurzeln hingewiesen ist. Sein Palast muss zerstört werden. Unser Saboteur wird das erledigen. Drei große Arnteen sind untergegangen. Die Bordos kontrollieren Arrakis. Das weiß. Das Universum. Der Ende des. So lautet. Ihr Auftrag. Oha, Freunde. Das hat sich ja ganz schön krass angehört. Ja, wir sehen, es geht jetzt definitiv aufs Finale zu mit den Ordos. Der Typ, der sah ja richtig krass aus, Freunde. Mit diesen ganzen Blitzen da und so. Und ja, heftig. Ja, wir haben jetzt drei Armeen. Die Armeen wurden vernichtet, hat er gesagt. Und ja, der Imperator ist die Wurzeln übelst. Das haben wir ja bei den Atreides schon festgestellt, dass das ein Arschloch ist. Und ja, Freunde. Meine Güte. Letzte Mission. Ich habe so einen Respekt davor. Okay. Gut. Direkt schon mal so eine bedrohliche Musik am Anfang, ey. Macht mir doch nicht so eine Angst hier. Gut. Allerdings, Freunde. Wie vor jeder Mission. Erstmal speichern natürlich, klar. Und dann mache ich nochmal ganz kurz einen Aufnahmecheck. Also bis gleich. Ja, Freunde. Da bin ich wieder. Ähm. Ja. Das läuft soweit. Das läuft soweit. So. Dann machen wir uns mal auf. Hier. Letzte Mission, Freunde. Letzte Mission der Ordos. Ach du Scheiße. Das wird heftig, Freunde. Das wird sau heftig. Ich brauche mal einen Raider zur Erkundung. Ähm. Ja. Wie gesagt. Aufnahme läuft. Und... Jo. Ich habe es mir wieder schön gemütlich gemacht. Wie immer, wenn ich die umspiele. Hier an einem Samstagabend. Ich habe mir hier schon eine Dose aufgemacht mit dem schönen, äh, Chef of the Grapefruit. Sehr, sehr leckeres Kaltgetränk. Und, ähm. Ja. Wir haben hier unten einen Söldner. Der macht hier wieder seinen Job. Und, äh. Jo. Dass das jetzt manchmal so ein bisschen hängt. Äh. Ja. Ist ein bisschen komisch, aber ist dann halt so. Ich würde sagen, wir bauen hier direkt hier unten ein paar Kasernen, äh, ein paar Raffinerien hin. Und zwar genau hier an der Spice. So, machen wir hier mal die erste Raffinerie. Damit wir hier schön sammeln können. Und dann baue ich auch gleich direkt die Verteidigung. Weil ich möchte nicht wieder so rumdrucksen wie beim letzten Mal. Und, vor allem bei der letzten Mission. Ich habe jetzt, ich habe so einen Respekt hier vor, wirklich, Freunde. Aber gemeinsam werden wir es schon schaffen. Und, ja, ich würde mal sagen, bauen wir uns erstmal hier in Ruhe auf. Wir haben hier eine Insel zur Verfügung. Das sieht ganz gut aus mit dem Platz. Und, äh. Ja. Was gibt es sonst noch so zu erzählen? Hm. Ich würde sagen, ich nehme erstmal ein kleines Schlückchen hier auf euch. Und, da kommen schon welche. Uiuiui. Da kommen schon ein paar. So, dann mach die mal kaputt hier, so. Genau, dann. Zack, weg mit dem. Sehr schön. So, erste Raffinerie ist fertig. Äh, die Energie wieder. Verdammte Kacke. Zu wenig Energie. Halt die Klappe, Typ. Das nervt immer so, wenn du... Zu wenig Energie. Ja, ich weiß es doch. Ach, meine Güte. Ähm. Ja, wir waren gerade eben noch einkaufen gewesen. Äh. Haben da eine sehr verstörende Entdeckung gemacht. Waren eben in zwei Lidl-Filialen. Und da gab es kein Fleisch mehr, Freunde. Die Regale waren leer. Neue Bauoptionen. Ähm. Und das alles nur wegen diesen, diesen übertriebenen Medien, die wegen des Corona-Virus so übertreiben, Freunde. Das finde ich nicht schön. Ganz ehrlich. Also wenn die, wenn die Regale leer sind, das ist scheiße. So, ich glaube, ich sollte dem da unten mal ein bisschen helfen. Da sind nämlich vier, fünf Sadukas. Und die, äh, rapen den jetzt da gerade so ein bisschen. Schaut mal, wie viel Schaden die machen. Vor allem an Panzern, Freunde. Ja, ne. So. Genau. Ah, ich glaube, der kann sich schon selber verteidigen, ne. Und die Söldner, die werden jetzt... Die sind jetzt noch pingeliger geworden. Äh, das... Also der Typ, der hat eben gesagt, dass sie sich schneller von uns abwenden. Deswegen müssen wir da auch ein bisschen drauf aufpassen. Deswegen stehe ich jetzt mal ein paar fünf Männchen hier hin. So. Freunde. Ja, wie gesagt, also, wenn in zwei Lidl-Felianen die Regale halb leer sind, sind wir jetzt hier bei The Walking Dead oder was? Also mal ehrlich. Nur wegen der Sache mit dem Coronavirus jetzt. Dass jetzt hier alle abgehen und Panikkäufe machen. Finde ich nicht so doll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Wer steckt schon in dem Männchen drin, ne? Gut. Auf diesen kurzen... Auf diese kurze Exkursion mal einen kleinen Schluck auf euch hier. Und ich muss wieder meine Uhren machen. Oh Mann, Freunde. Ich hab's wieder vergessen. So, wie bist du? Timer. 25 Minuten. Go. Alles klar. Das hab ich noch rechtzeitig geschafft. Was macht der denn da? Ey. Paner. Na, ich werd hier unten, äh, Dingstürme hinbauen müssen. Ja, Türme. Raketentürme. Aber dafür bräuch ich erstmal ein Radar. So, weg damit. Der ist schon mal weg. Da hat er mich hier unten angegriffen. Krass. Der Penner. So, wie mach ich das denn jetzt am besten? Da macht man da hin. Aber wir brauchen noch eine Energie dafür. Ach du Scheiße, Freunde. Ja, komm. Oh. Wurm-Action. Ich hab's gehört. Genau, schön auf dem Raketenpanzer. Der hält am wenigsten aus. So. Geht mal schön da drauf, da. So. Lass den versuchen drüber zu fahren. Ach, verdammt. Was? Was geht hier ab, Freunde? Er explodiert alles und ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Leute. Lass den doch in Ruhe. Wir haben zu starke Verluste, Mann. Jetzt lass den in Ruhe. Keinen Sammler von dem platt machen, ja? Äh. So, der Raketenpanzer ist weg. Ich glaub, wenn er den Sammler verliert, dann ist es vorbei. Jetzt hör auf. Gott sei Dank. Okay, da kommt noch ein Brocken, Freunde. Den hier oben, den kriegen wir so. Mein... Ah. Was macht der denn hier? Ja, ich hab doch eine gebaut. So, dann. So. Ist der hier oben reingekommen? Krass. Wie ist denn der hier reingekommen? Hab ich gar nicht gesehen, Alter. So, jetzt. Der kriegt schon wieder Verstärkung da unten, ey. Unterstütz mal. Unterstütz einfach mal. So. Ja, ich muss gerade hier, mich hier direkt mal wieder maximal konzentrieren. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Leute. Mach den Dicken da kaputt. Los. Ach. Mach den Dicken kaputt. Los. Äh. Leute. Hör auf. Hör auf, auf meinen Sammler zu schießen. Gut. Puh. Der Dicke wollte echt auf meinen Sammler gehen, ne? Das ist krass. Der wollte auf meinen Sammler gehen. Heftig. Was macht der denn schon wieder? Ich komm hier noch nicht mal zum Aufbauen, ey. Ich mach Raketentürme, verdammt nochmal. Ja. So, dann. Mach die mal den kaputt. Buff. So, und den kaputt. Buff. So, Leute. Mach doch nicht sowas mit mir, ey. So. Raketentürme. Und dann einmal hier ein bisschen beschützen hier unten. So. Jawohl, Freunde. Die Karte ist nicht so groß. Da gab's andere Karten, die waren größer, aber wir haben's wieder mit dem Imperator zu tun, ne? Aber Moment mal. Warum haben wir denn Hakon-Gegner? Ich hab doch Atridis ausgewählt. Verdammt nochmal, warum haben wir Hakon-Gegner? Mann. Ich dachte, ich könnte das umgehen. Diese ganzen Raketenscheiße, aber... Ja, toll. Also, es hilft nichts, wenn man die Atridis auswählt. Man muss genau deswegen... Ja, genau deswegen, Freunde. Ich sag mal auf euch, ja. Ich bin mal gespannt, wo die jetzt rauskommen. Wahrscheinlich genau hier drauf, und da bin ich gar nichts mehr... Ha! Oder gar nichts. Geht natürlich auch. Das geht natürlich auch. So, weitere Energien. Jetzt hab ich hier erstmal ein paar Raketentürme stehen. Und die fangen wir ab jetzt mal. Die fangen wir ab, Freunde. So, ich hab hier schöne Wüstentruppen dabei. Oh, der hat jetzt auch Flugzeuge für seinen Sammler. Das ist geil, Freunde. Dann mach den mal kaputt da. So, los. Zack, weg damit. Den Rest nehme ich mal für unsere Verteidigung. Ich muss hier wieder mit dem Platz haushalten, Freunde. Ich merke das schon. Aber ich kann nämlich hier zumindest mal... Ach, du Scheiße. Aber der kann sich verteidigen. Das ist doch ganz gut, oder? Ja. Der kann sich ganz gut selber verteidigen. So, dann würde ich schon mal sagen... Bauen wir uns mal weiter auf hier. Aha, sehr gut. Sehr schön, Soldaten. Ja, sehr, sehr schön. Sehr gut machst du das. So, Waffenfabrik. Wo mache ich die hin? Am besten... Joa. Mal hier oben hin, wa? So. Ja, das passt doch soweit. Gut. Dann mache ich jetzt als nächstes die schwere Waffenfabrik. Und genau die hier. Zack. Weil ich brauche schwerere Einheiten, Freunde. Und oi, was macht er denn? Das ist ja krass hier. Wisst ihr was, Freunde? Ich speicher das mal zwischen. Ich bin ja nicht dran. So. Und dann schauen wir uns, was wir machen hier, während da die Waffenfabrik weiter aufbaut. Ach, du Scheiße. Naja, gut. Ähm, ich hoffe, es geht euch soweit gut. Mir geht's sehr gut. Ähm. Tut mir leid. Ähm. Ich feiere die Tage ein bisschen krank gewesen. Und es hat sich zum Glück ein bisschen beruhigt, dass ich jetzt heute, ja, schön aufnehmen kann. Oh, das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Taktik, mein Freund. Einfach weiter drauf schießen. Nein. Ja, okay. Dann ist egal. Ah, der kommt eh zu mir. Nein, der kommt eh zu mir. Okay, dann lasst die Raketentürme für euch arbeiten. So. Alles klar. Wow, wow, wow. Moment. Den Sammler, den lässt du in Ruhe, ja? Den Sammler von meinem Freund lässt du in Ruhe. So, neue Bauoption. So, die leichte Waffenfabrik haben wir schon, ne? Belagerungseinheit. Schön wegmachen, das Ding. So. Sehr gut. So, das Ding ist halt hier auch, ne? Ich denke mal, wir müssen uns hier wieder heftig vorbereiten. Das heißt, frühestmöglich Raketentürme bauen. Werde ich auch gleich direkt wieder machen. Allerdings werde ich jetzt erstmal noch eine Energie brauchen. Genau so, ja. Ah, den kriegt ihr schon. Luftangriff. Ah, super. Toll. Natürlich genau auf meine Wüstentruppen, ne? Ach, verdammt. Luftangriffe hat er auch, Freunde. Oh, Leute. Genau die Scheiße wollte ich eigentlich vermeiden, ey. Aber das geht leider nicht so einfach, ne? Das geht nicht so einfach so. Dann fahr da einfach mal geschmeidig drüber. Genau so. Oh. Ach, du... Was kommt denn da alles an, Leute? Irgendwas ist hier gerade kaputt gegangen. Ich hoffe, kein Sammler von ihm. Doch, es war ein Sammler von ihm, habe ich recht. Ach, du Scheiße. Mach das mal kaputt da, ja? So, dann bitte eine Hightech-Fabrik. So, wuff. Okay, genau. Lass den Sammler in Ruhe von ihm. Sehr gut. Was macht ihr denn da? Wo will denn der hin? Ah, schön auf den Dicken. Richtig so. Auf den Raketenpanzer erst mal. Der ist nämlich fast kaputt. So, dann... Auf den Raketenpanzer da. Also, und dann auf die... Auf das dicke Rohr hier. Der Dicke. Das ist das Problem. Der Dicke ist ein Problem, Freunde. So. Ein Problem ist auch, ich kann da unten nicht hinbauen. Aber das schaffen wir schon irgendwie. So, dann brauche ich mal weitere Raketentürme hier. Haha. Mein Panzer lebt immer noch. Geil. Sehr schön. Dann machen wir den Dicken da kaputt. So, Freunde. Dann machen wir hier den Start in die Mission. Äh. Da ist ein... Ah! Dankeschön, lieber Wurm. Sehr schön. Das war sehr gut. So, die schießen sich hier weiter gegenseitig kaputt. Okay. Das kannst du... Das könnt ihr machen. Das ist kein Problem. Ja, weiter den Dicken schwächen. Komm. Weiter den Dicken schwächen. Ich fürchte halt, dass hier was gleich reinkommt, aber... Müssen wir mal schauen, ne? So, der Dicke, der sitzt sich in Bewegung. Allerdings kann der da nicht so viel Schaden anrichten. Nö, der kann generell nicht so viel Schaden anrichten, weil der... Ich wollte schon sagen. Hat der einen Sammler platt gemacht, oder was? Nein, nein. Der Dicke, der stirbt jetzt. Stirb. Geh kaputt. Los. Ah, sehr schön. Und... Geh kaputt. Zack. Und wisst du was? Ich glaube, hier reichen sogar fünf Raketentürme. Genau, immer schön auf die schwachen Einheiten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, Freunde. Dann würde ich nochmal sagen, hier... Brauche ich mal einen kleinen Kampfpanzer. Und auf euch. Prösterchen. Das ist unangenehm. Das ist richtig unangenehm. Komm mal her, bitte. Schieß mal da oben drauf. Oder keine Ahnung, wo die hinlaufen. Genau da, ja. Schieß da drauf, los. Mach die mal sichtbar. So, sehr schön. Die Fremen, Leute, die Fremen. Ja, ja. Ich weiß, Energie. Muss ich wieder bauen. Oh, Mann, Leute. So, Kampfpanzer fertig. Sehr gut. Genau so. Ja, und wie gesagt, ich freue mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bei June 2000. Hoffe, dass euch das nach wie vor gefällt, was ich hier veranstalte. Und ja, wenn euch das gefällt, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Mich sehr freuen. Natürlich. Und ja, da ist ein Sadduk. Aber die können nichts gegen Mannikern. Das ist schon mal ganz gut. So. Dann steht hier erstmal die Verteidigung. Bestehend aus fünf Raketentüren. Das ist die einzige Kacke. Diese Scheiß-Raketen hier, Freunde. Äh, Ordos Palast. Wo soll denn der... Moment, ich brauche noch das X-Forschungszentrum. Ja, das mache ich mal hier hin. Da ist der Wurm wieder aufgetaucht. Wir sind bereit. Boah. Zum Glück wieder nicht getroffen. Sehr, sehr schön, Freunde. So, dann würde ich schon mal sagen, baue ich jetzt mal hier hin. Das X-Forschungszentrum. Zack. Wir haben hier genug Verteidigung. Ja, hol den mal ab. Genau, hol den mal ab. Sehr schön. Ach, das ist so nervig immer. So. Da, Samuel. Genau. Ja, das ist gut, dass der in die Raketentüme reinfährt. Das ist sehr gut. Boah. Die Wüstentruppen, Leute. Schau dir das an. Die machen Panzer instant kalt. Das ist so krass. Das ist so krass, Freunde. So, X-Forschungszentrum. Dann brauche ich noch einen Raumhafen jetzt. Sehr schön, Deviatoren. Dann baue ich erstmal einen. Ah, hör auf. Ich brauche erstmal einen Deviator. Und hier oben kommt der Raumhafen hin. Noch eine Platte für den Palast gleich. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft hier mit der Basisaufbauen. Ach, du Scheiße. Das war kein Geld mehr. Aber das ist im Moment gar nicht mal so schlimm. So. Weil ich ja hier den Deviator baue. Boah, was für eine Materialschlacht, Freunde. Aber unser Freund hier, der hat Überhand. Schaut mal. Der hat im Moment zumindest eine kleine Überhand. Glaube ich doch. Ja. So. Dann warte ich mal ab, bis der Deviator fertig ist. Und dann baue ich die Energie. So. Schöne Deviator. Den schicke ich mal hier unten hin zur Unterstützung. So. So. Gut. Dann brauche ich jetzt noch die eigene Energie. Dann haben wir es eigentlich, ne? Mehr brauchen wir nicht. Gut. Sehr, sehr gut, Freunde. Ähm, Raumhafen. Zack. Ja, der hat Oberwasser. Das ist gut, Freunde. Der hat sehr... Sehr schön. Der hat echt Oberwasser hier. Wisst du, weißt du was? Bauen wir einen Raider bitte für mich. Erwarte neuen Befehl. Äh, kein Geld. Langweilig. Oh, das ist irgendwie zu wenig Geld. Oh, was haben wir denn hier für eine Benachrichtigung? Jemandem gefällt dein Tweet. Sehr nett. Vielen Dank. So, dann unterstütz mal hier. Ah, hol dir mal die Sammler hier. Stimmt, hol dir mal die Sammler von dem Dings. Von dem Imperator. Ui. Ah. Oder ne, weißt du was? Ich mach das mal hier. Ich nehm dir mal hier die Kampfpanzer weg. Das wird cool, Freunde. Ah. Der ist leider schon kaputt. Luftangriff. Schon wieder ein Luftangriff, Leute. Nein, Mann. Dann fahren wir da hin. Ha. Einer kann gar nichts mehr abwerfen. Ja. Wenn er so blöd wirft, dann ist ja alles gut, ne? Und weg damit. Sehr gut. So, dann mach den mal. Reparieren mal bitte. Wenn das alles ist. Ja. Oh, nein. Zu wenig Energie und zu wenig Geld. Das ist scheiße. Aber, ja. Haben zwei Sammler. Die sind noch fast voll. Nicht die schlimmste Situation, ne? Aber von hier kommt irgendwie nix, ne? Von hier kommen keine Angriffe. Warum kommen von hier keine Angriffe, sagt mal? Oh, hier ist noch ne Insel. Schaut mal. Ne Insel, wo nix los ist. Das hat man auch nicht oft. Normalerweise ist auf so braunen Landmassen immer was los. Ach, Leute. Ich brauch Kohle. Wir sind bereit. Okay. Wo ist mein Deviator? Der ist hier, okay. Dann fahren wir da hin, bitte. Unterstützt den mal. Ja, wobei. Der kommt zu mir. Das kann er ruhig machen. Das ist kein Problem. So, Freunde. Ja. Letzte Mission. Bis jetzt geht's ja noch. Muss ich sagen. Bis jetzt geht's ja echt noch. Was macht der denn? Wie ist denn der hier reing... Ah. Wegen der Energie. Ich versteh schon, ja. Ja, dann. Mach die kaputt da. Los. Stimmt, weil ich keine Energie hab. Ach, Tenner. Hat der mir echt eins geklaut. Das ist unfassbar. Verdammt nochmal. Und der Söldner, der hilft aber auch nicht, ne? Der sagt einfach so, ja, kein Bock. Ja, dann helf halt. So. Wollt ich gleich noch mal eine neue Energie. So. Ah, jetzt geht's. Okay. Okay. Jetzt funktionieren auch die Türme wieder. Sehr schön. Wo ist mein Raider? Ja, da. Okay. Sehr gut. Warum ist hier nichts? Warum ist hier nichts? Sind das hier echt die beiden Basen nur, oder was? Warum kommen hier keine Angriffe? Das verstehe ich nicht. So. Wieder ein dickes Rohr. Okay. Oh. Wie ich das hasse, ne? Diese Raketenpanzer, die außerhalb der Range sind. So, aber das passt schon soweit. Und qualitätsmäßig und stimmtmäßig sollte das auch passen mittlerweile. Ich hab hier einige Male Modifizierungen probiert. Oh. Schade, das war mein Deviator. Rausgeschmissenes Geld. Naja, gut. Ich hab, wie gesagt, einige Male hier Qualitätsmodifikationen versucht. Die haben aber nicht funktioniert. Deshalb bleib ich jetzt erstmal bei dieser Qualität hier. Ach du Scheiße, wie viele Raketenpanzer hatten die. Geh mal da runter, bitte. So. Hilf dem mal. Ja, hier ist irgendwie weites Land für gar nichts, oder was? Oder da ist ein Atreides-Basis. Das kann natürlich auch sein. Ach du Scheiße, da ist ein dicker. Kommt auf immer so ein dicker entgegen, ey. Krass. So, was macht der da jetzt? So, dann helf dem mal. Batz. Sehr schön. Raketenpanzer. So. Moment. Erstmal Zwischenspeichern. Bevor das wieder abstürzt, oder so. Ach du Scheiße, den Schaltpanzer. Okay, ne, ne, den Schaltpanzer kannst du selber machen. Vor dem hab ich Angst. So, da ist mein Raider. Einfach aber ein bisschen erkunden fahren hier. So, was haben wir denn hier noch so? Außer karges Land. Was macht der denn da? Der stellt sich da einfach hin, okay. Äh, wo? Ah, hier. Okay. Raketenabschuss, okay. Brauche ich noch ein paar Energien. Bzw. eine Energie. Der steht da einfach rum, okay. Was denn jetzt schon wieder? Tz. So, brauche ich noch eine Energie für ein paar Raketentürme. Nein. Immer auf die Energie der Penner, ey. Immer auf die Energie. Aber egal, das sollte schon passen, so. Wenn das fertig repariert ist, dann... ...geht das wieder... You know. Ich seh grad, wir haben noch 5 Minuten für die Aufnahme. Oh. Wo denn jetzt schon wieder? Äh, nein. ...reinfremen. Ach, Leute. Ich brauche doch Energie. Äh. Geh da drauf, da. Los. Fahr da. Schieß da drauf. So. Und. So. Immer auf die Energie. Holy shit, ey. So. Geh da drauf, da. Sehr gut. Zum Glück haben wir hier die Belagerungswaffe, ey. Zack. Ah, eine Werkstatt brauche ich noch. Stimmt. Eine Werkstatt brauche ich noch. Und ich bräuchte auch mal ein Flugzeug. So. So, ja. Genau. Da kommt die Werkstatt hin. Zack. Hier ist irgendwie nix, ne? Leeres Land. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum. Na ja. Äh, zu wenig Geld. Aber ich mir ein Flugzeug bestellt habe, du. Du. Du, 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 du. Tolles Hirn. Hahaha. Schlau Kopf. Ja, ja. Da kurven wir mal hier ein bisschen rum, ne? So. Und. Werkstatt. Brauche ich noch eine Energie, ne? 106 Prozent, ey. Shit. Na gut. Deck mal weiter hier die Karte auf. Und fahren wir da. Moment. Ne, vielleicht kannst du ja hier. Ne. Letzte Mission ist bisher machbar. Muss ich sagen. Also, ich hab das mir schlimmer vorgestellt. Müssen wir mal ganz ehrlich mal so sagen, ne? Ja. Hab ich mir echt schwerer vorgestellt. Da kommt mein Flugzeug. Sehr schön. Was kommt? Was kommt da hier an? Was will er denn hier? Okay. Was will er denn hier? Nein. Nein. Wer versucht die wieder? Achso. Ne, dann lass den mal gehen. Wenn er gehen will, dann lass den gehen. Und? Es reicht. Sehr gut, Freunde. Es reicht. Buff. Oh, der ist fast kaputt, der Turm. Was ist denn da los? Ich bin da. Dann baue ich da noch eine Energie hin. Dann baue ich vielleicht noch eine dritte Raffinerie. Damit das mit einem Geldfluss hier besser ist. So, dann gehen wir mal zurück und bauen mal eine Energie. So, Freunde. Ja, gucken wir mal die Karte ein bisschen weiter. Was gibt's? Was gibt's hier noch so? Nichts. Eh. Reines Nichts. Das ist so unfassbar, ey. Das ist so unfassbar, wenn wir die Karte ein bisschen weiterentwickeln. Jo. Das ist ja kein Ding. Moment. Saboteur bereit. Den lass ich mal drin, weil der würde direkt kaputt gehen. Hier gibt's ja keine Einheit, die Infanterie heilen kann. So, dann baue ich aber... Was ist das denn? Was ist das denn für ein... Oh, nein. Ich hab's... Ich hab's falsch gesetzt, ey, Mann. Ich bin doch auch blöd. Boah. Was kommt denn hier alles an? Ach, du Scheiße, Freunde, ey. Ich kann dir jetzt da leider nicht helfen. Tut mir leid. Oh, Gott. Komm, du hast da zwei Belagerungseinheiten stehen. Die Sadocast, die könnt ihr verteidigen, oder? So, ähm. Ich brauche... Erstmal Saboteur. Ich brauche unbedingt hier oben eine Verteidigung. Dann schicke ich... Dann helft mal hier unten. Pfff. Gott, was ist denn da bei dem los, ey? So. Raketenturm. Ja, der... Kann sich noch so ein bisschen selber verteidigen. Das ist ganz gut eigentlich, ja? Sehr gut. Sehr gut machst du das. So, ich komm dann mal mit meinen Einheiten hier an. Und mach mal die anderen hier platt. So, ich helfe dir jetzt, ja? So, sehr schön. So, speicher das nochmal kurz zwischen. Spiele die Speicher. So, Freunde. So, ich würde schon mal sagen. Nächste Raketentürme. So. Dann mach den mal kaputt da. Oh, voll über die Manneken gefahren. Pähne, ey. Na gut, dann lass den durch. Dann macht ihr den hier kaputt. So. Zack. Und den hier macht er auch kaputt. Und den Raketenpanzer vor allem. So. Fahr über die Wüstentruppen. Aha. Meine Uhr ist angegangen. Alles klar. Ja, gut, Freunde. Ja. Machen wir noch diesen einen Panzer da kaputt. Sehr gut. Am, wie es hier weitergeht, würde ich sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt schon in der Mission ein gutes Standbein uns aufgebaut. Und, ja, würde ich sagen, schneide ich das jetzt zusammen und mache gleich weiter. Und, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschüss, tschüss.